Stefan, wie viele Nutellakicks hast du gekauft? Ich habe eine Packung gekauft. Nein, hier liegt eine Packung. Und da liegt noch eine Packung. Und hier... Die ist leer. Und hier... Nee, das ist Quatsch. Liegen irgendwo drei. Du hast gerade gesehen. Nein, nein, nein. Das ist auch gelogen. Warte, warte. Stefan, du hast ein fucking Nutellaproblem. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin gar nicht hier. Stefan hat fünf Nutellapackungen. Bro, Stefan, was ist mit dir? Und wir verhungern da vorne bei der Fahrt immer. Hey buddy, ich gönne dir auf jeden Fall eine kleine Pause. So mache ich nach diesem Trip vorne. Ja, seht. Da gebe ich dann... Da wird dann erstmal... Beziehungsweise eine Woche danach. Da wird dann erstmal stabil zum Girlfriend geflogen. Erstmal drei Tage regeneriert. Zu wem? Zum Girlfriend. Oh, ist das geleakt jetzt schon? Und dann wird auf jeden Fall erstmal ganz entspannt gechillt. Toni und Anni sind zusammen. Ähm, kommt ja komplett... Kommt ja komplett unerwartet. Was denn? Toni und Anni sind zusammen. Die sind zusammen? Wer hätte das kommen sehen? Da hätte euch keiner mit gerechnet. Jeder muss sein.